Jungs vs. Mädchen Eltern schlechte Nachrichten überbringen Wie die Jungs es machen Ich habe eine schlechte Nachricht für euch Ich habe in der letzten Arbeit eine 5 geschrieben Ich habe nicht gut genug gelernt Das ist sehr schade, aber dafür dass du so ehrlich warst bekommst du nicht immer keine Strafe Was? Wirklich? Meinst du das ernst? Nein, 5 Wochen Computerverbot Und jetzt geh lernen Och man, da ist man einmal ehrlich Wie die Mädchen es machen Hey, ich habe schlechte Nachrichten Ich habe eine 5 bekommen, aber denk nicht, dass ich nicht gelernt habe Okay? Und zwar war das nämlich Genau, der Lehrer, der Lehrer, der hasst mich nämlich, okay? Also gibt dir der Lehrer eine 5, weil er dich nicht leiden kann Gut, dass du zu mir gekommen bist Ich würde mich darum kümmern Ich habe einen gut bezahlten Job für dich 20 Minuten später Hallo? Ihr habt doch was gesehen Sie haben doch was zwischen den 10 Was meinen Sie? Es war Schmerz Was kürzt denn du so blöd? Du sollst lernen gehen, sonst endest wie der Typ eben da Ich habe gesagt, du sollst lernen